Das ist Katja. Sie hat online eine neue Waschmaschine und einen Kleiderschrank bestellt und bekommt beides von Hermes geliefert. Der Hermes Einrichtungsservice ist bei der Lieferung von Möbeln, Haushaltsgeräten und sonstigen großen Sendungen das führende Logistikunternehmen Deutschlands. Die Hermes Zwei-Mann-Teams beliefern jedes Jahr mehr als 4 Millionen Privathaushalte. Und dass diese mit Lieferung und Service durchgängig sehr zufrieden sind, überprüft der TÜV Saarland regelmäßig durch die Befragung tausender Warenempfänger. Bereits zum dritten Mal in Folge bekam der Hermes Einrichtungsservice hierbei die Note sehr gut. Bei Katjas Lieferung wird von Beginn an darauf geachtet, dass alles so angenehm wie möglich abläuft. Sobald der Hermes Einrichtungsservice den Auftrag des Online-Händlers bekommt, die Waschmaschine und den Kleiderschrank zu Katja zu liefern, ruft das zuständige Auslieferdepot bei Katja an und teilt ihr den geplanten Liefertermin mit. Dabei wird bereits der Liefertag und eines von drei Zeitfenstern angegeben. Passt Katja der vorgeschlagene Termin nicht, wird ein anderer Zeitpunkt für die Lieferung vereinbart. Welchen Status die Lieferung hat und wo genau sich die bestellte Ware gerade befindet, kann Katja jederzeit über die Online-Sendungsverfolgung nachvollziehen. Am Liefertag selbst hat sie sogar die Möglichkeit, den Weg des Lieferfahrzeugs in Echtzeit auf einer Karte mitzuverfolgen. Dabei wird auch angegeben, wie viele Kunden noch vor Katja beliefert werden und wann genau der LKW bei ihr eintrifft. Zusätzlich kündigt das Zwei-Mann-Team eine Stunde vor dem Eintreffen die Lieferung nochmals telefonisch bei Katja an. So muss Katja nicht unnötig lange zu Hause auf ihre Bestellung warten und kann den Rest des Tages gut verplanen. Bei Katja eingetroffen, trägt das Lieferteam selbstverständlich alle Bestellungen dorthin, wo Katja es wünscht. Die Waschmaschine zum Beispiel in den Keller und den Kleiderschrank ins Schlafzimmer. Dass die Ware ausgepackt und die Verpackung vom Lieferteam mitgenommen wird, ist selbstverständlich. Katja mag es bequem und hat bei der Bestellung gleich zusätzliche Services mitgebucht. Die Waschmaschine wird also angeschlossen und der Kleiderschrank wird aufgebaut. Auch sämtliche anderen Elektro-Großgeräte und Möbel werden auf Wunsch von den Zwei-Mann-Teams des Hermes Einrichtungsservice fachmännisch installiert und montiert. Über den Abtransport und die Entsorgung der alten Waschmaschine muss sich Katja ebenfalls keine Gedanken machen. Das Lieferteam nimmt auf Wunsch alte Haushaltsgeräte, aber auch alte Polstermöbel und Matratzen gleich mit und sorgt für eine ordnungsgemäße Entsorgung. Doch was, wenn Katja es sich nach der Lieferung anders überlegt und die bestellte Ware doch nicht behalten möchte? Auch das ist kein Problem. Das zuständige Depot verabredet mit Katja einen Abholtermin und ein Zwei-Mann-Team holt ihre Toure zum vereinbarten Zeitpunkt bei Katja in der Wohnung ab. Bei Bedarf wird die Ware fachmännisch verpackt, sodass keine Schäden während des Rücktransports entstehen. Mit hoher Qualität und vielen Zusatz-Services sorgt der Hermes Einrichtungsservice dafür, dass anspruchsvolle Kunden wie Katja rundum zufrieden mit der Lieferung von Möbeln und Großgeräten sind. Untertitelung des ZDF, 2020